Der Vertrag von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain läuft ja bekanntermaßen im jetzigen Sommer aus. Dementsprechend wäre er ablösefrei zu haben und die fußballromantischste Lösung wäre eben eine Rückkehr zum FC Barcelona. Das Gerücht dazu hält sich jetzt auch schon länger an. Allerdings liegt eben der Messi-Seite noch kein Angebot vor, zumindest von Barca-Seite, denn ein anderes Angebot liegt der Messi-Seite eben vor, nämlich von Al-Hilal aus der saudi-arabischen 1. Liga, wo eben auch Ronaldo schon bei Al-Nassar spielt. Und zwar bieten die ihm nicht weniger als 1,2 Milliarden Euro für zwei Jahre, wo er dann eben dort spielen soll, was einfach nur noch geisteskrank ist. Die Seite von Messi, unter anderem von seinem Vater geleitet, hat das Ganze auch schon für ausreichend befunden. Allerdings heißt es jetzt noch nichts Endgültiges. Messi hat es auf keinen Fall angenommen bis jetzt und es sieht eben auch nicht unbedingt danach aus, dass er das machen wird. Denn klar ist, Messi möchte grundsätzlich schon gerne zurück zu Barca. Aber was eben auch klar ist, ist, dass Barca finanziell auf keinen Fall mit den saudi-arabischen Konkurrenten mithalten kann. Dass sie Messi eben viel weniger Gehalt bezahlen können, ist ohnehin klar. Dennoch ist auch das gerade so ein bisschen ein Problem. Verstehe ich nicht ganz, man bemüht sich auch um andere Transfers, aber bei Messi soll es am Gehalt scheitern. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Dennoch gibt es nun eine ganz neue Idee von Barca, die schon so ein bisschen kurios ist. Und zwar ist das ein neuer Plan, wie man eben Messi an Bord bekommen will. Davon berichtet nun eben die französische Zeitung Le Keep. So wollen die Barca-Verantwortlichen mit der kreativen Idee eben den Deal möglich machen. Und das Ganze soll dann eben so aussehen, dass man eine Kooperation startet mit dem MLS-Vertreter Inter Miami. Also der Verein von David Beckham, der eben in der USA in der Major League Soccer spielt. Und der ist eben auch schon länger hinter Messi her. Da gibt es auch schon länger Gerüchte. Nichtsdestotrotz war man da doch eher ein Außenseiter, was jetzt die Chancen auf einen Transfer angeht. Da hat man zwar auch viel Geld, mit dem man ihn locken kann. Aber wenn man das Ganze dann mit Saudi-Arabien vergleicht, dann können die eben auch nicht wirklich mithalten. Und so hat man sich jetzt bei Barca überlegt, dass man sich eben mit Inter Miami zusammentut. Dass Messi eben für beide Vereine spielen wird im Rest seiner Karriere. Und das Ganze wird nun eben Operation Messi genannt. Und es soll so gelingen, dass eben Inter Miami, die finanziell natürlich deutlich mehr zu bieten haben, als die Katalanen, den 35-jährigen Superstar fest verpflichten. Und ihn dann halt eben im Anschluss für 6 oder sogar 18 Monate an Barca verleihen. Also es geht da tatsächlich um eine Laie von Messi zu Barca. Was sich an sich echt absurd anhört. Aber wenn man das Ganze jetzt nachvollzieht mit den Vereinen, könnte das durchaus tatsächlich passieren. Und ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dieses Modell würde Barca aber auch vor allem finanziell entgegenkommen. Denn so könnte man ihn eben ausleihen von Inter Miami. Und dann könnte man quasi eine Aufteilung des Gehalts aushandeln. Also dass Inter Miami, trotz dessen, dass Messi eben zu Barca verliehen ist, auch in dem Zeitraum einen gewissen Teil des Gehalts bezahlt. Somit müsste Barca nicht ganz so viel zahlen, wie wenn er fest bei Barca spielen würde. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum Inter Miami das machen sollte. Aber das lässt sich eben auch recht leicht beantworten. Denn die wollen ja auch vor allem, dass Messi zu ihnen kommt. Sei es jetzt nach Barca oder direkt. Aber wenn sie eben finanziell mit Saudi-Arabien nicht mithalten können, dann wäre das eben auch eine attraktive Lösung, mit der sie Messi zu ihnen locken könnten. Außerdem wollen sie natürlich auch Messi als Aushängeschild für den eigenen Verein, aber auch für die Liga. Und wenn das nur darüber möglich ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und da wäre das Modell auf jeden Fall sehr interessant, um Messi dann eben letztendlich auch in die MLS zu locken. Und deshalb würden die da denke ich auch mitmachen, wenn es darum geht, einen gewissen Teil von Messis Gehalt zu zahlen. Auch in dem Zeitraum, in dem er bei Barca spielt. Warum die Leihdauer sechs beziehungsweise 18 Monate beträgt, ich wusste es auch nicht ganz. Ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass die MLS eben über ein Jahr lang geht. Und dementsprechend ist die Saison als im Dezember oder Januar so circa vorbei. Also das ist eben genau anders wie in Europa. Und daher denke ich mal, dass Inter Miami schon den Anspruch hätte, dass Messi eine ganze Saison und nicht erst zur Hälfte dann zu ihnen stößt. Während Messi dann aber doch noch für eine halbe beziehungsweise ein und halb Saisons bei Barca spielen könnte. Eine halbe Saison finde ich ein bisschen schwierig, da könnte er nicht mal Titel holen. Ein und halb fände ich da schon realistischer. Andererseits geht es da glaube ich auch vor allem um den Abschied, den er ja damals nicht bekommen hatte, als er zu PSG gehen musste aufgrund der Vertragssituation. Damals war eben Corona präsent. Dementsprechend waren keine Fans im Stadion. Er konnte eben keinen Abschied nehmen von den Barca-Fans. Ich denke, es geht vor allem darum, ob er ihnen sportlich noch viel weiterhelfen kann. Ich denke schon. Aber wenn jetzt eben der Plan ist, dass er mitten in der Saison dann eben in die MLS geht, dann ist es schon so ein bisschen schwierig, wenn man ein System um ihn rumbaut. Das bezweifle ich dann eher. Aber zu der sportlichen Situation, um Messi, ob er Barca noch weiterhelfen kann, möchte ich ohnehin noch ein unabhängiges Video von diesem Plan, wie man ihn holt, machen. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Plan haltet, Messi doch noch zu Barca zurückzuholen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.